YOLO! YOLO YOLO! Fantastisch! Die Challenge läuft noch und wir gucken mal gerade, was ich so als kleinen Zwischenstand hier habe. 47 gewonnene Angriffe, das ist doch schon mal nicht so schlecht für den ersten Tag. Und ich habe mir jetzt auch was ganz Besonderes überlegt, weil ich mir so dachte, komm, während das jetzt hier noch am Rödeln ist, machen wir uns mal ein bisschen Spaß und nehmen mal ein paar Bogen schützen, wollte ich schon sagen. Nehmen mal ein paar Mauerbrecher und ein paar von den Ballonfahrern mit. Dafür habe ich auch unsere beiden Kasernen gepusht. Habe die hier auch gepusht und würde dann einfach sagen, wir greifen uns mal an. Ich meine, wir werden sowieso jeden Gegner, ja, wir werden jeden Gegner mal eben schruppeln können. Wir müssen nur eben kurz die Türme wegmachen, das war es dann schon. Die Luftabwehr wird uns auf keinen Fall kriegen, denke ich mal. Habe ich auch gleich noch ein bisschen Zeit, doch meinen Wutzauber ausbilden zu lassen. Boah, wann kommt denn das ab? Ich will es jetzt haben. Oh doch, das ist doch gar nicht mal so. Oh, doch, gar nicht mal so schlecht eigentlich die Luftabwehr auf Level 1. Muss ich schon sagen, muss ich schon sagen. Oh, mach doch meinen Luftballon nicht kaputt, was fällt dir ein? Nein! Oh, muss ich noch ein Minütchen? Scheiße. Ja, 47 Angriffe gewonnen. Ich denke mal, das läuft soweit. Bestrafung, hattet ihr ja gesehen, was da auf euch zukommt, ne? In der 14 Uhr Folge, wenn, beziehungsweise auf die beiden Verlierer-Clans, je nachdem. Äh, ne, ne, auf den dritten nur. Stimmt, nur der dritte muss ja die Strafe machen. Von daher werden wir dann sehen, was dann so da mal rumkommt. Boah, er hat aber auch richtig, er hat auch richtig fetten Loot hier, mein lieber Mann. 573 Gold. Ah, das ist ja mal richtig viel. Das ist ja mal richtig viel. Ach, was mach ich denn hier? Können wir die Zeit mal eben noch kurz nutzen. Und mal eben hier kurz noch... So, die 50% holen. Ich will ja nur immer 50% holen. Erstmal, weil ich ja dann möglichst viele Angriffe schaffen will. So, das läuft auf jeden Fall. 210. Das... Oh, hier noch. 1, 2, 3, 4, 5. Das läuft. Okay, wir können noch weiter angreifen. Wir können noch weiter angreifen. Haben wir jetzt den Wutzauber schon? Nein, haben wir noch nicht. Warte mal, wie viel brauchen wir da denn noch? Mal gucken. Eine Minute noch. Okay, wir wollen da noch ein paar Angriffe auf jeden Fall durchkriegen. Ähm, oh, der hat schon eine Luft auf Level 2. Ja, 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 ja. Jetzt geht's aber... Jetzt geht's aber rund hier, wa? Mein lieber. Mein lieber, mein lieber. Komm hier, du. Ich kriegst jetzt erstmal was ab hier von meinen feinen Luftballons. Oh, ein Bogenturm auf Level 2. Das hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen, ja. In der ganzen unteren Region hatte ich das immer auf Level 1. Jetzt kommen sie an, meine Ballons. Jetzt kommen sie an. Ja, gut, wenn jetzt einmal der Bogenturm... Ja, der Bogenturm ist eigentlich gar nicht mal so mächtig gegen meine Leute. Das Schlimmste ist ja echt mal die Luftabwehr. Ah, nee, das war so... Das war so schon Bogenturm Level 3. Entschuldigung. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Aber doch, auch eine ganz interessante Base-Konstruktion. Das ist ein Rathaus Level 7. Alter. Was soll der Scheiß denn? Mein lieber Mann. Das ist ein Rathaus Level 7. Hätte jetzt mal gar nicht mitgerechnet. Das ist das... Alter. So. Das gleiche Spiel wie eben. Aber diesmal hole ich mir auf jeden Fall noch die 100%. Oder zumindest den Loot ist zwar nur ein bisschen. Aber... Ja. Road to Magia to Level 7 läuft ja auch noch bei mir. Da muss ich auf jeden Fall mitnehmen, was kommt. Kann mir eben noch ganz kurz die Ankündigung machen. Und ich habe gestern nochmal mit Kollege Don gesprochen. Er hat momentan zeitlich nicht... Also er hat ein bisschen viel um die Ohren. Also zeitlich ein bisschen eingespannt zur Zeit. Wir wollten eigentlich diese Woche schon aufnehmen. Werden dann aber wahrscheinlich nächste Woche aufnehmen. Aber es kommt, Leute. Wirklich. Das Warten wird sich aber lohnen. Es wird dann auf jeden Fall kommen. Diese Woche sind wir ja auch sowieso noch versorgt. Wenn das Update denn dann mal da ist. Ja. Dann wird auch zwischendurch wird immer nochmal so die ein oder andere Folge Minecraft Pocket Edition kommen. Da habe ich mir auch schon noch ein paar Sachen überlegt, die ich noch testen will. Und ja. Wir sind dann auf jeden Fall. Wir sind ja auf jeden Fall noch versorgt. Matthias hat noch seinen Boom Beach. Matthias wollte noch das ein oder andere Spielchen noch testen für euch. Und joa. So ist das dann. Oh hier. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. So. Was habe ich denn sonst noch? Da ist auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall noch ein bisschen Luft in der Richtung. Was haben wir jetzt? 49 gewonnen. Ja, die 50 Köln gehen wir jetzt ja gleich voll. Das sind doch aber nur so. Ich bräuchte mal einen richtig krassen Gegner. Wo ich das mal, wollen wir das mal testen hier? Schaffen wir das mit den, ne, schaffen wir das nicht, ne? Mit den Mauerbrechern. Da brauchen wir schon eine richtig, richtig, richtig schlechte Base für. Einen richtig, richtig schlechten Gegner bräuchten wir dafür. Ja, genau. 110.000 Elixier hat er sogar. Au, hier ist doch mal was Schönes. Yolo, 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 Yolo. Okay. Jetzt hat man seine ganzen Mauern zerstört und es ist, es ist nichts passiert. Egal. Können wir zumindest jetzt nochmal eben die Luftabwehr kaputt machen und schnappen wir uns dann mal noch das Zeug. Alter. Also waren wir eben 43 Mauerbrecher für nichts. Nur um hier die, die Mauern zu zerstören. Das war, das war ein teurer Spaß. Das war auf jeden Fall ein teurer Spaß. Oh, also kein Magierturm. Oh, da, oh, eu, 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 eu. Der Luftbomber da, oh, noch in der Tasche. Das ist ja unglaublich hier. Ja, ja, komm. Ich hole mir eben noch die Helden hier aus der Tasche. Und. Held, 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 Held. Bam, 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 bam. Da, da, da. Machen eben noch die Sachen hier kaputt. Oh, der Held ist ein bisschen angeschlagen. Oh, der ist sogar ein bisschen angeschlagen. Na, egal. Ach, komm, ich hole es aber auch 100%. Ich will unbedingt mal wieder hoch in den, den liegen. Ey, das ist hier unten, das ist rumgekraxelt. Das geht mir echt auch im Penöpel. Hier immer unten, äh, in, wo bin ich jetzt Silber 3, ne? Oder bin ich schon höher? Bin ich schon Silber 2? Müssen wir gleich mal gucken. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir da sind. So, jetzt haben wir gleich. Das ist kaputt. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir noch ein bisschen weiter kommen. Ah, die ganzen schönen Mauerbrecher. Alle weg. Alle weg. Mann, Mann, Mann. 43 Stück, oder wie viele waren es? Boah. Das müsste man normalerweise bei einer, bei einer Base machen, wo du wirklich nur, wo du wirklich gar keine Mauer drum hast. Jetzt haben wir jetzt, oh, 99 Stück, 99 Tudupskis. Mal eben nochmal das Rest hier wegholen. Oh, das ist aber jetzt auch wirklich, oh, hier haben wir gar keinen mehr in der Ausbildung. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Machen wir sonst noch, hier ist auch noch was. Ah, hier haben wir auch nochmal 10 Stück von. So, 11 Stück sogar. Oh, okay, warte, wir können ja immer gucken. 43 Mauerbrecher, ui, 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 ui. 50 gewonnene Angriffe, Silber, 3 bin ich noch. Das wird sich jetzt natürlich auch so durchziehen, ne? 1, 2, 3, 4. Dürfte ja dann sogar reichen, oder 5. Dürfte ja dann sogar reichen, um das mal eben wegzumachen. Ja, Lakaien wären jetzt zwar ein bisschen effektiver, ich möchte ihm aber gerne mein dunkles Alexier noch sparen. Oh, da hätten sogar noch weniger gereicht eigentlich an Bogenschützen. Ja, wir arbeiten uns jetzt natürlich vor, muss ich sagen. Und dann sind wir natürlich, auch wenn das Update kommt und ich mein Lava-Hund benutzen kann, sind wir dann auch hoffentlich wieder in den alten Regionen, die wir dann sonst kennen. Also Gold 2 wollte ich doch gerne wieder rein. Und dann mal gucken, wir können gleich mal eben gucken, wie der Zwischenstand in den anderen Clans ist, wie es da aussieht. Aber ich will jetzt mal eben noch ganz kurz warten, bis hier alles fertig ist. Ach, was mache ich denn? Ich dödel. Hätte ich doch meine Königin noch nehmen können hier. Ein bisschen zur Hilfe, damit es einem schneller geht. Damit wir hier nicht so rumtrödeln müssen. Mann, 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 Mann. Komm, 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 mach es fertig, 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 mach mal. Okay. Das läuft auf jeden Fall auch noch. 19 schickchen Pokale. So. Rup. Mit da, mobile. Fanboy, ja, Berserker ist ja leider raus aus dem Clan, irgendwie kurzfristig oder so. Müssen wir auch noch mal gucken. Da ist er, nee, das ist der offizielle Fan-Clan. Wo ist denn hier unser offizieller Clan? Fan-Clan. Mit der mobile Fanboy, da ist er doch. Ich habe ihn auch gerade schon gesehen gehabt. Marwell. 15 gewonnener Angriff, naja. Beim Gucken. Clash of Cash. Ja, Rente, das muss ja natürlich auch noch arbeiten tagsüber, so wie wir alle wahrscheinlich auch. Oder zumindest in die Schule gehen, so wie viele von euch. Nein, ich würde ihn gar nicht besuchen. Ich wollte hier gucken, was er macht. Oh, auch schon 34 gewonnener. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, was haben wir jetzt hier noch? Alter, diese ganzen, diese ganzen, alter, diese ganzen, ähm, ich bin schon ganz verwirrt. Was ich sagen will, diese ganzen Ballons, die sind kräftig. Heftig. So, mal gucken, wie weit wir mit der, wo wir mal gucken, wie weit wir mit der, mit der Bogenschützenkönigin kommen, ob wir damit 50% schaffen. Komm. Das probieren wir jetzt mal aus. Bogenqueen only jetzt. So, Bogenqueen gegen alle. Bogenqueen gegen alle. Go, 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 baby. Go, baby, go. So, du schaffst das. Du holst jetzt 50% hier. Du holst jetzt alleine 50% hier bei mir. 16%. Komm, 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 baby. Du lässt dich jetzt auch nicht von den Bogentürmen hier kaputt machen. Du schaffst das jetzt. Auch wenn dein liebster Herrgemahl, der Barbarenkönig, jetzt nicht da ist, du schaffst das. Mach die Mauer kaputt, baby. Komm. Jetzt, ja, jetzt schnappt sie sich hier noch den Mega-Loot. Ja, sie hat, die Hälfte hat sie gerade mal kaputt, also von, von ihrer Lebensenergie. Das wird auf jeden Fall was, glaube ich. Das wird was. So, jetzt kommt gleich noch der Magiaturm, äh, der Magiaturm wird sich gleich noch dazuschalten, aber das ist mir dann auch egal. So, komm. Da, 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 da. Wenn der Magiaturm kaputt ist, dann könnte ich mir vorstellen, damit ist es einfacher. So, jetzt nehme ich noch, weil nämlich der Mörser, beziehungsweise der Minenwerfer, ja dem, äh, der Königin nicht ganz so viel Schaden zufügt. Das geht noch. Oh, wobei. Ach, Mann. Die Königin ist jetzt gleich kaputt. Das finde ich blöd. Das finde ich aber blöd. Dass die jetzt kaputt ist. Jetzt können wir nur hoffen, dass noch unser, ja gut, ich weiß nicht, ich werde, glaube ich, nur einen, ich werde einen Ballon jetzt erstmal setzen. Ah, Luftbombe! Der wird jetzt wahrscheinlich noch von der, ah, komm, wir nehmen noch einen. Wir nehmen noch einen zum Backup. Noch einen Ballon. Ah, die dumme Königin, warum ist die so früh kaputt gegangen? Ah, das missfällt mir. Das missfällt mir. Hat ja auch die Minen rappelvoll. Ich weiß aber auch nicht. Das müsste Rathaus Level, schlaff mich tot, 5? Rathaus Level 5 ist das? Ungefähr? Weiß ich gar nicht. Ja, komm. Mach das Rathaus eben noch kaputt, so. Dos Sternos und jetzt können wir weitermachen. Natürlich ist es momentan so ein bisschen langweilig, weil wir jetzt echt immer die Angriffe laufen, mehr oder weniger nach dem gleichen Prinzip ab. Was haben wir jetzt hier noch? Sechs Mauerbrecher. Sechs Mauerbrecher. Komm, wir uns irgendwie, rechnen kann ich mich ja auch bei keinem, welche eigentlich kaum, ich hab ja kaum Truppen. Ich hab ja kaum Truppen zur Verfügung. Ich will aber auf jeden Fall noch ein, zwei Angriffe mal eben noch durchstehen. Äh, was haben wir hier? 32? Das läuft doch. 32 Pokale. Ich will jetzt wirklich mal hoch, ey. Das ist, auf Dauer ist das echt zu langweilig in diesen Pokalregionen. Das ist mir, das ist mir gut, das ist mir gut. Aber kann ich noch mal drauf hinweisen, ne? Morgen 18 Uhr Fun Run und Clash of Clans Stream, also ein Crossplay sozusagen. Wir spielen beides ein bisschen. Ihr könnt gerne mitspielen bei Fun Run. Ich hab ja viele von euch schon hinzugefügt in der Freundesliste und dann könnt ihr da mit uns spielen. Und wir jetzt, nein, ich hab, nein, jetzt hab ich noch eingesetzt. Ha, ich, Dummkopp, wollte ich gar nicht. Er wird sicher lustig. Ha, hoffentlich kommt der Lava-Hound dann mal. Das muss doch, irgendwann muss der doch mal kommen jetzt. Ich hatte echt auf heute gehofft, aber noch ist keine Wartungspause hier in Sicht. Leider, leider. Noch ist keine Wartungspause in Sicht. So, jetzt haben wir 50%... Ach, ich hab meinen König wieder. Juhu, König, komm her. Ah, ist ja wieder ein bisschen angeschossen. Das ist doch nicht wahr. Weil der Schweinepriester da was hingestellt hat. Ja, gut, vielleicht eine Minute höchstens. Eine Minute geht er vielleicht schlafen. So, eben noch das Rad ausmachen. Den Loot, ach, der Loot ist mir egal. Los, aber die Pokale, komm, die Pokale nehmen wir uns mit. Die Pokale nehmen wir uns mit. Kommt ja gleich mal den Test machen, ob der, ob vielleicht der Barbarenkönig alleine es schafft. Eine Base zu zerlegen. Der Barbarenkönig gegen alle. So. Schild des Gegners für 16 Stunden aktiviert. 92% jetzt. Naja, komm. Schnappt ihr noch eben ganz kurz das Armeelager und dann sind wir fertig. Gegen den Weedmaster. So heißt der, der Gegner. Nee, Weedmaster. Ja, tut mir echt leid, Leute, wenn ich eure Basen jetzt hier zu 100% zerstöre. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich ziemlich frustrierend sein, wenn man noch nicht so weit ist. Und da kommt einer an und zerberstet deine Base mal eben schnell. Zehn Stück noch. Hier haben wir noch acht. Okay. Das läuft. Sieben Stück. Acht Stück. Alles klar. Er ist jetzt noch 50 Sekunden am Schlafen. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Hä? Wie viel haben wir jetzt? 991. Ach komm, bis 1000 will ich einfach noch. Alter. Ach, der hat eine Luftabwehr. Er hat eine Luftabwehr da stehen. Die wird ihm allerdings nicht viel bringen, ey. Einer ist jetzt kaputt von meinen Ballons. Komm, 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 dann überlebst du noch. Na, der Aue hat beide kaputt gemacht. Kann er jetzt in aller Ruhe noch den Rest kaputt machen? Ja, jetzt wäre natürlich ein, zwei Bogenschützen mal schon mal ganz gut gewesen. Aber ich habe ja gesagt, Skelette only heute. Nur Skelette im Angebot. Einmal zu Land mit der Kanone und dann nochmal oben, hoch oben im Ballon nochmal ein Skelett. Komm. Haben wir es jetzt? Ne, noch nicht ganz. Ich habe ja nur ein Drittel gekriegt. König ist fertig. König kann jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Aha. Endlich kann ich mal meinen Mauerbrecher benutzen hier. So. Jetzt kann nämlich der König mal zeigen, ob er es besser macht. Ob er es besser macht als die Königin. Und hier vielleicht dann mal für uns die 50% im Alleingang holt. Allerdings, er ist jetzt schon ziemlich unter Beschuss. Er ist jetzt schon ziemlich unter Beschuss. Hat jetzt schon ein Viertel weg. Ja, vielleicht den Turm jetzt noch weg machen und dann noch vielleicht... Ich werde noch ein bisschen warten, ein bisschen Turbo zu. Wobei, jetzt ist eigentlich gerade ein guter Moment, wenn er sich gerade jetzt auf die Sachen konzentriert. Okay, jetzt komm. So, Minenwerfer kaputt. Jetzt die andere Kanone auch noch weg, bitte. Oh, 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 oh. Das sind einfach zu viele Defensivanlagen, die da auf ihn eindreschen. Das sind einfach zu viele Defensivanlagen. Scheiße, na egal. Egal, setzen wir noch hier den einen Ballon hinterher. Ach ja, gut, ich hab ja auch noch die... Ein paar Barbaren hat er ja noch mit sich rumgezogen, da noch mit sich rumgeschleppt. Die nehmen wir ja auch noch mit. So. Schlagt ein. Ach, der ist auch schon kaputt, der Ballon. Kriegen wir doch noch die 50% hin eben. Oder muss ich jetzt hier noch eben ein Ballon schicken? Okay, einen setzen wir noch. Einen Ballon setzen wir noch. Der macht jetzt wahrscheinlich sofort beides kaputt, oder? Den Turm und den Magerturm? Beide Türme? Nee, noch nicht. Der schießt nach rechts und links. Jetzt kommt... Oh ja, zwei Luftbomben, ist klar. Aber um 52%. Ah, dass beide Hilden es nicht geschafft haben. Das ist schon ein bisschen gaga. Aber ich würde sagen, sehen wir auch am Ende dieser etwas längeren Folge... Wir müssen mal gucken, wie viel haben wir jetzt? 55 gewonnener Angriff. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss ja am Ende alles zusammenrechnen. Ich hoffe mal, bald kommt das Update. Ansonsten, wenn ihr noch eine coole Idee habt für ein Video, dann schreibt es doch mal hier drunter. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns natürlich das nächste Mal wieder bei einer Runde. Clash of Glänzchen mit dem Fred. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.